ich bin hier gerade ein video aufnehmen und ja es kommt vor meiner zocken und wenn ihr geht wieder auf den kreider kanal vorbei der ist unten verlinkt da seht ihr renny getrader youtube habe ich auch mal gesehen ja ist das ungefähr Ja, in diesem Zimmer gibt es viele Sachen, die man nicht anpacken sollte. Ja, wegen der Lieds. Die gehen sofort kaputt. Ich meinte, hier, wenn du die anstiegst, die gehen sofort kaputt. Wie heißt das, Niki? Hast du noch ein anderes? Weil, guck mal hier, die Sehstärke. Ja, ich hab noch Handy, der ist die Beste. Können wir gleich mit Handy ein Video machen? Ja? Wie du grad guckst. Mach die Seite. Ja. Was, dann sieht man mich richtig? Ja! Einfach! Sie zackt aus dem Zimmer! Ich bin down! Leute! Mann, ich bin down! Leute, ich bin down! Ich bin down! P-p-p-p-keh! Kiste, bitte! Bitte! Mitkid! Oh mein Gott! Hoffentlich schaffe ich die noch! Oh mein Gott! Warum gehst du jetzt auf, Bruder? Ja, warum gehst du auf? Er ist aufgegangen! Er ist weg! Er ist weg! Ja, Patti! Er ist weg! Er ging mir schon langsam auf die Nerven! Jetzt so, nope! Sie weiß, dass sie... Darf ich mich töten machen? Ja, mach! Lauf! Lauf! Ich hab einen geklötet! Ich hab einen geklötet! Sechs Sonnen ist rausgegangen! Ich weiß, dass sie... Ich mich hast! Aber dich auch! Du Maus! Hallo, hallo, hallo! Oh mein Gott! Nein! Wo ist das Wasser? Hallo, Frau mir, Adesal! Ja! Ah! You, Frau mir, Adesal! Hallo! Hallo! Nee! Awe, Divido! Leute, hätte die nicht! Hier! So heißt mein bester Freund auf Fortnite! Will mir jemand bumsen von hinten! Lose! Du krabbelst einfach noch in die Zone rein! Moin! Ich hab keinen Bock mehr! Kann nicht drin! Ich kann ohne drehen, weißt du! Winnie-Boo! Ey, warte mal! Guck mal! Wie doof das ist, Leute! Wie doof! Weil er so klein ist! Ja, ich zeig jetzt mal mein Itemshop! Mein Itemshop! Äh, was für Itemshop? Mein Skin! Mein Skin! Meine Skin! Leute, wenn ihr mal mehr mit mir... Wir fangen hier unten an! Wir fangen hier unten an! Wir fangen hier unten an! Wie viele Skins, Leute! Der er hat! Aber dann will die ja so wie Stani werden! Dann hier! Guck mal was ist was! Leute, die sind richtig geil! Und die... Spitzhacken! Spitzhacken, ja! Leute! Also, ich schwöre es euch! Die Kleider! Die Hängekleider! Die Hängekleider! Die Kleider! Die Tänze! Leute, davor hat er viele Leute! Dann hier die... Flug Wichser! Da hat er nicht viele Totkunden! Weil ich die nicht kaufe, weil die voll unnötig sind! Lackierungen! Lackierungen! Lackierungen sind richtig viele dabei! Ja! Musik! So viel! Und ja! Und hier! Und hier noch! Ja! Er hat ja Lobie hier! Lobel 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 In einem Shop ist so schön! Wer will ein Skin haben, der muss zum Niki gehen! Wir schenken wirklich! Wir verschenken den ganzen einem Shop von einem der Skins! Wenn ihr jetzt Liked und ein Abo dalässt! Und habt rein, schreibt der Erste und der Letzte! Der bekommt einfach den Battle Pass und darf sich noch ein Skin aus dem Item Shop ausdecken! Ja! Oder ihr dürft direkt zwei oder eine an Tanz und so! Ja, zum Beispiel Lackierungen! Oder den hier! Leute, ich schwöre es euch! Ich hatte mal einen PS4, aber ich glaub die verkauft! Ich muss die verkaufen wegen der Scheißstuhle! Ah! Jetzt dreh ich mir hier auf das Scheißstein! Loll! Der Skin! Das hier! Und 600 V-Bucks nur für 4 Euro! Kannst du? Ja! Mach! Mach! Ich find den nicht geil! Mach mal! Guck mal wie er aussieht! Der kostet Geld! Und... Leute! Komiker! Nussknacker! 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 Also Leute! OG Nussknacker! Ich würde sagen... Äh... Mal gucken in meinem Buch! Also Weihnachten wird geil das Update! Also... Ja! Kommt kein Update mehr! Wie gesagt, hier kommt kein Update mehr! Die Season nicht bald schon wieder rum! 2-Tam! 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 Wie kann das sein? 2-Tam! Kommt direkt von 7-6 wieder! Warum machst du jetzt? Dann machst du ein Video und ich bin live! Okay! Er ist live jetzt Leute! Er ist jetzt live oder? Klappt! 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 Und dann ist irgendwann mal einfacher gek regnet,UR! G admissions wir auch! Ja! Ich hab' so richtig's alles an dir dran! Сjunge yine popular! Hab der mir geschenkt? Der Ehren an desiree! Ja, Leute! Ich schenke ihm immer wun paar Tastaturen... gates wenn er zocken kann! Wenn ihr aufe秩ables von mir eine Tastatur wollt,.. как müsst ihr sagen! Ich fend' immer... ö... 表示 de usually the dicenne... 玉gares! ja leute für einen euro verschenken diese pastatur wo ich mir geschenkt habe ich möchte das ist die hier und die geht noch aber komm her also leute wenn ihr nicht wundern hier hat hier ist ein bisschen lose hat das ruf geschlagen aber hauptsache alles gut mit dieser maus dahinten leute die gefällt dir und ja leute was denn eine spiele controller und zwei auf tastatur leute wartet guck mal einfach wie geil das ist nein warte mal lass mal die klein flieger aufs maul geht jetzt also leute einmal auf controller hier auf controller leute einmal auf dieser tastatur einmal auf dieser flach 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 aber cool oder ja ich komme aus ich kann sogar bin Bis zum nächsten Mal.